Heute ist der 10. Juli und ich habe heute frei, weil ich war ja jetzt am Wochenende auf dem TRS-Turnier. Und ja, heute habe ich auch mal super Lust, mich endlich ein bisschen um meinen chaotischen Balkon zu kümmern. Und ja, mal sehen, ob ich da schon ein bisschen was kaufen kann und den einfach ein bisschen hübscher machen kann. Weil ja, der sieht halt einfach bisher noch nach nichts aus und vielleicht kann man den wenigstens ein bisschen so umwandeln, dass man sich drauf wohlfühlt. Und deswegen fahre ich jetzt einmal, glaube ich, in den Hornbach und in den Ikea. Und ja, wir werden sehen, was bei rauskommt. Das finde ich ja super schön, wenn du halt so viel Grün hast. Irgendwie sowas will ich auf dem Balkon auch haben. Genau, und das ist eigentlich auch so ein Plan. So ein Regal. Also es ist ja kein Regal, das ist ein Fischerschrank. Aber im Prinzip auch auf dem Balkon so eine Sitzecke. Das Gute ist, wenn man um die Uhrzeit in Ikea geht. Also 14 Uhr in der Woche ist man eigentlich so gut wie allein. So gut. So, und so sieht das dann aus, wenn man nur mal schnell in Ikea will. Und nicht das kauft, was auf der Liste steht. Aber es ist gut, ich habe wenig ausgegeben, als ich dachte. So, ich habe mich nicht in Ikea. bis zum nächsten Mal. 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 Ja, also haben wir schon mal eine Runde gegangen. Okay. Welcher ist jetzt eure da hinten? Der mit dem Halsband. Das ist Max. Das ist Sarah, eine Kundin von mir. AK, wir gehen jetzt mal zusammen spazieren. Ah ja? Genau. Und Aby hat schon wieder keinen Bock. Es ist zu viel Regen. Aber es hat ja schon ein bisschen weh wieder. Es hat richtig geregnet. Was? Hat richtig geregnet, als wir vor einem Wald hinten waren. Ehrlich? Jetzt geht es schon besser. Okay. Genie. So, das ist Max. Hallo Max. Du hast Dreck auf der Nase, Max. Du hast Dreck auf der Nase. Dreck her. Ja. Ja, interessant. Ja, ja. Jetzt ist es aufgetaut. Hallo Nala. Hallo Nala. Ja. Heute ist der 23. Juli. Und ich habe mich mit der Sarah getroffen. Und die kennt ihr vielleicht noch aus einem Fotoshooting. Falls ich das Fotoshooting schon gepostet habe. Aber das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber ja. Wir haben jetzt entschieden, dass wir noch mal zusammen Gassi gehen wollen. Weil sie halt auch klein und groß. Nala ist noch ein bisschen... Naja. Es regnet halt, ne? Und nicht so. Nicht so. Naja. Nicht wie Abby. Aber Abby sieht schon wieder aus wie eine kleine Harte. Abby. Komm her. Komm her. Hi. Hallo. Oh, wenn du wüsstest, was doch in der Tasche ist, dann würdest du dich freuen. Abby. Abby, guck mal. Guck mal. Was sind da noch Häuser? Hm. Langweilig bewegt sich nicht. Hallo. Abby sagst du Hallo? Nee. Nee. Na gut. Abby komm. Lass ihn in Ruhe. Abby. Na, der spielt bloß mit großen Hunden. Anila komm. Lauf. Wir spielen. Brügelt euch. Macht euch tot. Macht auch nicht. Guckst du jetzt auf? Ja. Oh, es ist so warm. Irgendwie viel zu warm. Es ist nicht so eklig. Ja. Anila aus. Oh, es ist so eklig. Ich hasse das. Das ist super eklig. Weißt du das? Ja, ich hab sogar noch was auf der Tunge. Das schmeckt super lecker. Das ist ein nützliches Topf. Heute ist der 27. Juli und ich bin gerade Gassi mit der Sandra und der Augustine. Sagt Hallo. Hallo. Okay. Boah. Hast du ein Glück gehabt, dass er dich nicht umgerannt hat? Ja. Und jetzt erstmal Gras fressen. Wolf. Yay! Oh, oh, oh. Oh, ist sie zu schnell für dich? Okay. Und die Abby. Du 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 du. Hast du was zu essen für mich? Nein, geh weg. Enddiva, enddiva, ich muss sie behandeln. Anila, Anila, komm mal her. Okay. Max ist eine französische Bulldogge, ne? Genau, aber nicht reinrassiger Max. Okay, ein nicht reinrassiger Max. Ein äußerst perfekter Max. Und der Hund mit dem tollen Namen Pummelox. Hallo Max. Hallo Max. Das geht doch ohne, weil er einfach denkt, dass auch so ist was. Musik Ippi, komm. Musik Und jetzt Königste Löwen. Ach ne, das ist das falsche Lied. Wie der guckt! Wie geil! Jetzt laufen die Freiheiten. Alles was das Licht berührt macht. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Endlich jemand, der mir Liebe schenkt. Ja, endlich jemand mit Liebe. Genau. Deine Hose. So eine Ente. Okay, Achtung, Anila rastet aus. Ja, sie würde gerne. Jetzt will er nicht mehr mit ihr spielen, Anila. Verkackt mit der Briefe. Vor allem, weil die dann immer genau wissen, so ein kleiner Freiraum. Und dann müssen sie genau durch uns spielen. Ja. Ja. Und Anila, ich will auch mitspielen. Ja. 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 Komm her. Heute ist der 30. Juli. Der vorletzte Juli-Tag. Und ich bin nochmal mit der Maike unterwegs. Wir haben uns das schon ewig nicht mehr gesehen. Und wir hocken jetzt gerade bei abartigen Temperaturen an der Elbe. Und lassen die Hunde im Wasser rumspielen. Und Gras fressen. Im Wasser. So wie die Anila, das er gerade irgendwo macht. Und ich sage euch, Anila hat heute wieder eine Glanzleistung abgeliefert. Und er hat wirklich ihre Intelligenz heute wieder alle Ehren gemacht. Jetzt sind wir mit dem Fahrrad losgefahren. Und wirklich so der älteste Trick, den ein Hund beherrschen sollte. Es kam auf jeden Fall ein Pfosten. Und Anila rennt an der Leine am Fahrrad. Natürlich auf der anderen Seite vom Pfosten lang. Und uns hat es erstmal übelst hingelegt. Aber es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Außer, dass ich jetzt wieder einen kleinen Kratzer habe. Aber als sonst ist nichts. Nee. Und mein Kind ist nochmal gesprungen. und ich habe geworfen, wenn ich jetzt wieder einen Kratzer habe. Also war das auf den Kratzer des Gerai hat. Mit mir wieder das Gerai hat und es könnte mal nachlesen. Aber ich habe mich nicht auf die ganze Zeit geht. Und den Kratzer des Geraios herausgekommen. Und das ist noch nicht so der Kratzer des Geraios. Und das ist auch die eine Kratzer des Geraios, und die Welt zu verrate. Und dann war es um die neue Kratzer des Geraios. Und es ist sehr gut, dass ich mich nicht etwas. Und dann wird es um die ganze Zeit im Arschung. Es kam auf jeden Fall um die Kratzer des Geraiosی, Heute ist der 27. Juli und ich habe mich getroffen mit der Sander und mit der Christine. Sagt mal Hallo YouTube. Hallo, ich bin der Augustine. Augustine auch. Aber egal. Das ist jetzt super peinlich. Okay, eingeschwitzt. Bis zum nächsten Mal.